und damit herzlich willkommen zu einer folge ark operation modded survival mit diesen netten geschöpfen hinter uns und zwar einmal den furchterregenden arne und diesem süßen reaper king hier davon haben wir natürlich nicht nur ein sondern das wäre langweilig wir haben wir noch den dritten den zweiten und den dritten hier drüben wir haben noch nicht zwei wir haben drei ja denn leute ihr habt ja gesehen wie wir den da oder wie ich den da ausgebrütet habe sage ich mal und offscreen habe ich mir dann noch diese zwei gesellen hier geholt wo meine rüstung 3,5 trilliarden mal kaputt gegangen ist weil diese scheiß super queens die die ganze kaputt gemacht haben ihr glaubt mir nicht wie anstrengend es war aber ich habe trotzdem diese zahl bekommen und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich warum die denn so smooth farben haben das liegt daran dass ich ein bisschen mit der color gun rumgespielt habe welche color region ist sind diese hinter diesen platten das ist so wie der da leuchtet weiß ich nicht probiere einfach mal aus weil ich habe mir ein bisschen rumgespielt dann habe ich gemerkt ja wäre vielleicht toller wenn wir die mit euch zusammen färben deswegen habe ich die auf die mögliche farbe wieder zurückgebracht und das sieht geil aus so mag ich rieper und zwar rieper kings zeigen euch jetzt erstmal so was die können weil die sind ziemlich geil warum ist das deiner weil der cool aussieht niemand ist irgendeiner ich habe den gezüchtet also es ist höchstens meiner deswegen färben wir die jetzt zusammen mit euch ein oder wir können ja ein so ein dämon dämon machen das ist dann der und ein wieder so ein angel sowie bei den rockdrex auch gemacht haben dann mache ich den jetzt einfach weiß ne da war weit so hätte ich eigentlich gedacht so gelb weiß dann noch mit den schwarzen nicht so als habe ich vergessen welche color region das war aber ja warte mache ich es mal schwarz ja passt ja sie doch auch mal so schwarz weiß ja das sieht nice aus jetzt bin ich zufrieden mit den beiden den anderen können wir normal lassen so und dann präsentieren wir euch jetzt einfach mal was so ein reaper king alles kann warte dazu muss man also sorry erstens das wieder in so krüppeligen fps läuft aber unsere base wird einfach nicht leerer und zwar natürlich einmal normal nachdem wir da jetzt neue bulldogs gezüchtet haben vorne einmal beißen natürlich auf links klick so auf rechts klick kann man gift schießen jetzt ich habe es halt zu weit nach oben geschossen man kann auch noch zielen auf c kann man diesen schwanz schlag dann auf steuerung kann man brüllen ansonsten weiß ich nicht was man sonst noch kann von so kleinen knöpfen her aber man kann auf jeden fall noch die leertaste betätigen und dann kann man auch so rumspringen wie so ein karkinos nur ein bisschen stärker also ist so ein ziemlicher allrounder man kann sich leider nicht mit dem vergraben aber man kann ihn vergraben so halt wenn man absteigt habt ihr gerade eben gesehen so man vergräbt sich der liebe hier und dann ja kann man ihn auch wieder ausgraben lassen was dann so eine coole animation hat leider brüllen die danach nicht das wäre noch epischer und ja ansonsten war es das glaube ich was die so können oder können die noch was auf oh nein okay das war es und das war jetzt auch die erste sache die wir euch präsentieren die nächste sache die wir euch präsentieren ist kleiner und nicht so cool aber trotzdem ein eine rede wert so ich stelle jetzt einfach wieder hin das ist so schrecklich aufzunehmen in dieser base hier die gut dass das projekt bald vorbei ist das ist echt zu voll unsere base du nimmst ja auch nicht auf wenn ich auch nicht aufnehmen dann läuft es bei mir auch flüssig also jetzt ist schon noch flüssig bei mir ist es halt nur ein bisschen nicht nicht so smooth was soll ich zeigen ach ja und zwar habe ich bemerkt oder haupt der arne besser gesagt bemerkt dass wir keine bulldogs mehr haben und deswegen habe ich auf screen ein paar gezüchtet ich habe ja noch einen auf der schulter den pinken und die sind alle von der neue und mega man gezüchtet worden und wir haben die anderen die nachkommen von denen einfach immer irgendwie die in eine einzige farbe umgefärbt sieht eigentlich ganz lustig aus gibt sie halt einen komplett grün komplett schwarz komplett rot komplett magenta komplett blau und komplett weiß davon kann man sich jetzt einfach immer einen mitnehmen weil wir da vorher kaum welche hatten komm mal raus die nächste sache die wir neu haben ist dieses schicke ding hier und das ist die ladungslampe die haben wir in der letzten folge erwähnt dass wir uns die kraften wollen glaube ich glaube zumindest dass wir es in der letzten folge erwähnt haben ansonsten war es im stream oder so keine ahnung die kann man hier jetzt noch nicht so toll präsentieren also einmal kann man die als taschenlampe benutzen wenn man gedrückt hält ansonsten kommen hier so funken ich erkläre euch dann gleich später wenn wir gegner haben was das macht und auf rechtsklick kann man die so hinwerfen dann kann man die an machen und dann ist es eine lampe dann kann man natürlich auch einschalten hier höher zielen und sowas nach links ja man kann sie natürlich dann auch wieder aufheben so die ist halt dafür da dass man rieper queens und so gut schwächen kann also man könnte sich theoretisch so ein käfig hier bauen so ein und dann da drin rieper queen einsperren und um sie zu schwächen kein glowpad benutzen sondern eben diese lampen was macht ihr nicht auch schaden ja ja was die als waffe kann das zeige ich dann wenn wir gegner haben leute ich habe es im video vergessen zu sagen zu zeigen was die ladungslampe kann deswegen zeige ich es euch jetzt nochmal schnell an diesem schönen bulldog der hier gerade gespawnt ist und zwar ansonsten ist ja immer nur so da hat man taschenlampe aber in der nähe von kreaturen kann man damit blitze auf sie schießen wie so ghostbuster dingster und die blitze machen zwar keinen schaden aber sie stannen also wenn du genug mit dem drauf schießt werden die kreaturen dann gestand zumindest bei kleinen kreaturen ist das so ja jetzt ist so ein bisschen gestand und ja wenn er dann wenn die kreaturen gestand das kann man ja die halt töten äh mit nameless und reapers ist es glaube ich wenn du so machst dann hat man ja taschenlampe und greift währenddessen an das heißt hier ihr seht es bei dem kleinen geht es viel schneller mit dem betäubenden kann ich einfach hin blablabla warte so äh bei reapern und nameless schwächt es die glaube ich auch weil man ja währenddessen licht macht deswegen ja so für eure info so jetzt kann es weitergehen mit dem video ähm die andere sache war was war die andere sache nochmal ach ja äh das zeigt uns jetzt glaube ich der arne führ uns mal zur anderen sache ja und zwar erinnert euch auch bestimmt noch alle an dieses ding da hinten was für uns bis jetzt keine nutzen hatte sondern einfach nur unnötig in der landschaft herum stand jetzt hat es einen jetzt hat es nämlich einen denn um die ladungslampen jetzt hat es einen sehr großen Nutzen zu craften äh brauchte man ja diese warte ich zeige euch das kurz äh hier diese ladungsspeicher ja nicht zu craften ja ja aber nein warte kurz die ladungsspeicher braucht haben wir gecraftet um die ladungslampe zu craften und die ladungsspeicher kann man erstens in dieser maschine hier äh mit drin aufladen und man kann sich natürlich hier auch element craften wie ihr schon gesehen habt bei einem stream glaube ich war das als wir da das erste mal reingeguckt haben ähm und der arne hat jetzt einfach mal ein paar ressourcen zusammengesammelt wodurch wir uns jetzt unser erstes element craften können ja und ich werde es erstellen mach das ich muss da drauf klicken ach übrigens Leute mit der upgrade station habe ich jetzt meine ganze Rüstung mal auf äh überragend herauf geupgradet weil die davor die ganze Zeit kaputt gegangen ist jetzt solltet ihr die ein bisschen mehr aushalten und da unser erstes element wird gecraftet ach es dauert zu lange ich glaube ich glaube ist das nur ein element oder sind das jetzt 20 weiß ich nicht mal gucken also wenn es eins ist dann lohnt es sich glaube ich mehr den boss mehrere Male zu besiegen aber von denen kriegt man glaube ich mehr Elements ich habe sowas so mal gucken 3 ach und jetzt darf dürfen wir hier nichts mehr craften oder was ne ja es war für 5 Minuten wieder schön also das das lohnt sich definitiv nicht nein aber an der Maschine hier sieht man auch wie mächtig das Element Element ist dass es so viel Energie verbraucht dass da ne Maschine danach 5 Minuten ruhen muss also ist schon ein sehr mächtiges Element das Element gut also ich lese jetzt mal hier so 3 beide zum Beispiel vor von Tech zurück so ne Tech so ne Tech Schlafkapsel die braucht man zum Beispiel also die braucht zum Beispiel gar keins so ne Railgun jedoch braucht schon 20 Element und so ein Rockdrake Sattel aus Tech braucht 75 75 das heißt das müsste man so hart oft machen ja also vielleicht Leute ich bin mir nicht sicher ob wir noch die Serie so lange spielen werden bis wir ein Element Rockdrake Sattel haben aber falls ihr wissen wollt was der kann dann könnt ihr euch mein Info Video zu den Aberration Kreaturen angucken das habe ich vielleicht oben rechts in der Ecke verlinkt also da mal drauf klicken äh so was wollten wir jetzt machen so die nächste Sache die wir machen wollten ist diese hier seht ihr wir haben neue Rockdrake Eier aber nicht weil wir sie ausbrüten wollen nein Leute heute haben wir mal was besseres vor heute zählen wir uns einen Basilisken denn seit irgendwie den ersten paar Folgen habe ich keinen Basilisken mehr gesehen und ähm ja da dachte ich mir warum brauchen wir den eigentlich nochmal Basilisten brauchen wir eigentlich für nichts aber das gehört auch zur Aberration deswegen ich hätte eigentlich weil sonst ich glaube jetzt haben wir dann alle Aberration Kreaturen gezähmt wenn wir den Basilisten noch haben können wir dann mal durchgehen ob wir alle haben ja und das machen wir heute so dann spring mal auf Arne dann suchen wir einen Basilisten darf ich einen Rebarking mitnehmen ja keine Ahnung bringt halt nichts einen Rebarking mitnehmen von mir aus dann nimm den mit egal okay Leute dann ich bin vorhin schon jetzt auf der Map ein bisschen rumgelaufen habe nach Basilisten gesucht und habe ein paar gefunden deswegen weiß ich jetzt ungefähr wo die sich rumtüllen sollten folge mir einfach Arne so du musst es halt ein bisschen schneller aber egal komm ich weiß ja eh immer wo du bist okay äh wer noch nicht weiß wie man Basilisten zähmt ich glaube hier drüben sollte einer gewesen sein äh man muss diese Rockjack Eier auf den Boden werfen und dann den Basilisten da hinten ist er äh dich angreifen lassen sozusagen äh und wenn der Basilist dann das Eiweiß hat das gefressen und hat dann Sam Fortschritt aber da unser Sam Dings da hier so hoch gestellt ist schätze ich mal dass der Basilist nach einem Mal Essen äh äh Dings ja fertig ist so Arne dann bleib du mal zurück und mach den auch mal auf Passiv falls wir die Arne schon auf Passiv haben weil dann droppe ich hier jetzt einfach mal ein Ei hin und gucke ob der das ist so jetzt bin ich noch nicht mal bei dir ich bin auch 300 Meter weg ich helfe ihm jetzt einfach mal die Schildkröte zu besiegen ach dann nicht eigentlich sollte meine Rüstung ja dann stark genug sein um davon um den Stand zu halten ja geht doch ist jetzt nicht so schwer mit unserer ZAM Einstellung und da haben wir jetzt auch schon Basilisten jetzt müssen wir nur noch einen Sattel craften für den ich war nicht da ich bin immer noch ein paar hundert Meter weg aber wir zählen uns ja eh ein paar mehr hätte ich gesagt weil dann können wir die auch noch mit zum Bosskampf nehmen das wird der fetteste Bosskampf ever so okay warte dann I fliegt to my Dings da du hast wie viel Schaden hast du? was äh mal gucken 2000 ja die Reaper Kings sind ziemlich stark also im Gegensatz zu den anderen ja gut der kann natürlich auch geschwächt werden ja das ist halt der Nachteil wir dürfen dann im Bosskampf schon das Lightpad anhaben nur dadurch werden unsere dann halt auch geschweckt so naja äh Dings äh schwächeln wir damit auch den äh wie heißt der? Rockwell? Rockwell? Nein, aber der spawnt Reaper und ich hab keinen Bock gegen gestärkte Reaper zu kämpfen na gut ich geh mal hier hoch und hol mir mal das ach da ist noch einer den Drop da ok mach das der ist Level mach keine Ahnung ist mir eigentlich auch relativ egal mobiler Strickleiter Blueprint warte nicht angreifen es das Ei bitte komm es es frisst das Ei ok geht doch so ein Level 2er ok der ist nicht so krass ich dachte gerade das wär schon unserer ich hab den Stego angegriffen und du hast gesagt nicht angreifen das war ein bisschen komisch ähm ich glaube es sollten dahinten noch mehr äh Basileske sein Basileske kennen was was ist die Mehrzahl von Basileske Basileske ja keine Ahnung keine Ahnung hier vorne habe ich zumindest noch einen gesehen irgendwo sollte also noch jemand sein oder einer was das hier eigentlich irgendwelche Überrisse blöde wir waren auch noch nie da so oben bei diesen Kristallen und sowas ach da ist ja schon einer nice bei welchen 2 sogar nein nicht den töten bei der Werfer 2 hin oh Gott ja kann auch gerne ein bisschen tanken nein warte da nein die soll nicht den Level 2 aber sie lässt angreifen wollte nicht mich angreifen nein nein naja der ist wenigstens Level 26 der andere hier nein ich komme nicht weg fress die scheiß Eier ihr blöden Dinger komm fress fress die Eier alter die machen schon recht viel Schaden hier warte die müssen die Eier essen ja ich will verdammt nicht ich lieber tanken so weil ich hab ein paar mehr Leben ja warte ja Basileske nervt so ich ja ich will den kurz weg kommt der hallo nein der bockt ja auch in mir drin jetzt sollte er kommen so aber die Basalisken kommen so dann stell ich jetzt mal ab vom Rockdrake und den Tank ahja stell dich da in die Nähe von den Eiern da ist ein da ist ein Bulldog oh oh komm fress die Eier die müssen doch die Eier irgendwie essen die müssen doch die Eier irgendwie essen gezähmt 38 okay gut dann ist jetzt noch der Level 26er der sollte es aber auch gleich essen komm isst das Ei oh Gott ich bin fast tot welches Level ist der äh was der Level 26 sollte der sein vielleicht ist das bei dir hier oh Gott ich brauche Stimulantien gut dass ich welche mitgenommen habe lass den Kack Baselisten Level 38 in Ruhe soll ich den umbringen keine Ahnung Notfallzaufer schon ja lass umbringen so gut dann hebe ich jetzt die Rockdrake Eier auf und dann suchen wir den Nächsten oh Gott ich hab Durst lass uns mal runter zum Wasser gehen Alter so Leute da bin ich wieder ich bin jetzt mit dem Reaper hier hin ja man ist Stimulants rausgeworfen äh dann hebe ich sie wieder auf so wir haben jetzt äh immer noch die 2 aber ich hab gemeint wir können es versuchen Tim guck mal was für'n Haufen hier liegt schön da drin liegen die wir können es versuchen äh Dings bis wir 3 haben weil ich würd gern noch ein paar mehr haben ich mach jetzt einfach mal ein Teleporter und bring mal kurz die weg erstmal See ach so ja ich hab ein Teleporter beim See platziert so falls wir da mal irgendwie hin müssen als ich dann vorher rumgegangen bin und nach Dings gesucht hab wird irgendwer von denen mit teleportiert nein aber der Reaper der Reaper genau äh teleporte du bitte mal die Basilisten ja ich lass den ähm also meinen Reaper lass ich mal stehen ich hab das noch nie gesehen wenn sich jemand anders teleportiert hat Leute das habt ihr jetzt auch zum ersten Mal gesehen ach sieht einfach genau so aus einer wurde teleportiert ja den anderen bringe ich jetzt nach ich hab's echt nicht mehr gekriegt weiter dahin zu kriegen jetzt warte ich tue den jetzt einfach was machst du denn ich tue den jetzt mal hier hin und dann lass ich den jetzt vergraben damit er Platz spart what the fuck vergrab dich hä nein der war vergraben what kommt noch einer ja na egal ok Reaper King verhalten meine Option nein nicht hinten die Klippe runterfallen verhalten verhalten passen die haben sogar ganz nice Farben aber die färben die sollten jetzt beide da sein ja sind aber die färben sich wahrscheinlich eh wieder kann ich aufsteigen Tim wie hast du den benannt Tim was was ah ok ja ich bin rausgeflogen ich ja gerade bisschen schlecht oh gott was ist das ein Megatail ernsthaft ich komme mal gleich wieder ich finde er ist eher anscheinend irgendwie rausgeflogen oder sowas wo sind die Eier what ok Leute der Arne ist anscheinend nicht mehr drinnen ist es doof dass das immer passiert sind die Eier hier nein sind die Eier in Arne Arne sind die Eier in dir ja hier sind die Eier die Eier dann suche ich jetzt mal alleine weiter den hebe ich auf aufheben so dann suche ich jetzt weiter hier ist ein Bienennest ach ne ich brauche keinen Honig Rollratten haben wir ja auch so so was ist das so was ist das ich habe immer mein Abendessen geholt ja ein Bulldog ein Toter toll hier ist übrigens der Teleporter Leute da hier der See Teleporter falls wir irgendjemand zum See müssen warum auch immer ah ein Bulldog warum nicht Sam Arne soll ich mit uns noch ein Bulldog Sam ne nicht ja doch ist zwar klar so mein Abendessen besteht nur aus gesundem Zeug glaube ich dir zwei Schokoriegel und Cracker schön so dann lass ich jetzt mal den Bulldog Sam guck mich hier nochmal ein bisschen nach Basilisken um so lange schneide ich gerade mal den Monster an der Folge ach da ist auch noch einer ist hier noch mehr ne dann versuche ich es an dem dann töte ich jetzt erstmal alles ab um den rum bevor der rauskommt weil sonst geht er vielleicht wieder auf irgendwas anderes und komm schon bei dem muss das klappen der muss doch das einfach machen so ich glaube so sollte das vernünftig sein Basilisk ich dropp das andere Ei hier hin kann ich Basilisken auch reingraben? ja natürlich ich hab ja keine Ahnung von den Aberration Viechern ich spiele ja das erste Mal Aberration so richtig fress halt die scheiß Eier friss friss sie fress die Eier nimm sie und iss sie wenn er mich fast tötet betäube ich ihn iss ja geht doch so so einen weiteren Level 31 sogar das ist doch ganz gut so dann kann ich den mal nehmen folge mir bitte und teleportiere ich die schon also den schon mal zurück zur Base mit dem Bulldog na gut der hat auch gezähmt jetzt bin ich eingeschlafen grandios und ins Wasser gefallen natürlich übrigens Arne glaubst du wir haben den Reelive Kanal schon eröffnet wenn die das jetzt sehen äh ich glaube schon aber den kennt noch keiner ja also Leute unseren Reelive Kanal abonnieren ist in der Beschreibung und abgesehen davon ist er auch ähm äh wie heißt es nochmal unter dem Kanäle Dings da unter dem Kanäle äh Reiter von unserem Kanal bin ja auf unserem Kanal wie kann man da ja auswählen schliessen Playlists Videos und so jetzt ertrink ich ich bin tot genau hast du denn nicht auf Leben gelevelt ich wurde von ah jetzt bin ich natürlich aufgewacht ah das war noch Rettung in letzter Not ich habe auf Leben gelevelt aber ich werde von Basidisten verletzt ja ich wurde von Basidisten verletzt ich hatte nur noch ganz wenig ja warum lässt du dich denn von dem angreifen äh wie soll ich es denn sonst machen ja den Rocktrack nehmen mal los ja aber mit dem wenn man runter geht hat es bei mir jetzt gerade besser geklappt halt mir egal ok na das ist halt dein Problem weil du erstickst ich habe es jetzt eh noch geschafft so der Basidist ist sogar fast komplett weiß ja Tim ich bin mal rausgeflogen oh gut kann wieder rein wow das ist wirklich so selten ja ist eigentlich wirklich so Basidist komm bitte so jetzt teleportieren bitte zur Base danke wir haben einfach so viele Tiere jetzt in der Base rumstehen ist eigentlich unser andere Bulldog weiblich müsste man mal gucken oh Gott das läuft in so scheußlichen FPS sorry deswegen Leute ne das auch männlich ja wirklich gut dass bald das Projekt vorbei ist das leckt einfach so dermaßen hier oder es rot ist warum hast du den Teleporter abgerissen Tim habe ich nicht abgerissen ich habe ihn aufgehoben oh du ich bin 1300 Meter von dir weg und ich bin saulangsam ja warte ich komme gleich zu dir teleportier dich doch einfach mal dahin naja mach ich jetzt ich werde das Spiel nur betäuben why weiß ich nicht so jetzt bin ich da ich sollte was essen dann heile ich mich ein bisschen ich kann mit dem Gewehrding eigentlich auch unter Wasser schießen ich habe mich auf passiv gestellt ah Leute guck mal hier unten gibt es sogar Zeug nein man kann damit sogar unter Wasser schießen das ist ja richtig geil mit was wir waren noch nie hier unter Wasser bei Aberration mit der Betäubungssniper da was habe ich den Mantel nein habe ich nicht oh Gott rote Edelsteine Tim mega Piranha scheiße mega Piranha ich sterb shit ich bin gleich schon wieder tot ach komm dieser ist Drecksvieh oder nein ich bin doch nicht tot was gehst du mit Drecksvieh hier hin ach da bist du nein aber das ist ich gerade genau wie Drecksvieh verhalten äh Sättel Basilisken bitte ah kann ich sogar ok 2 konnte ich craften brauche ich ja nur noch einen das RoddragEye das hebe ich eigentlich mal auf einfach da dann hält es ja lang genug oh Gott das leckt so ihr seht wir haben noch Element Ore ziemlich viel das haben wir irgendwo aus irgendwelchen Kisten mal wieder herausgekramt weil wir das ja jetzt brauchten um das Element herzustellen so was brauche ich denn jetzt für einen Basilisken Sattel Zement davon haben wir ja noch genug da drüben Zementos 9000 das ist ja nicht viel da Sättel Basilisk so crafte fertig bitte da können wir unsere Basilisken auch schon reiten ist doch nice tadaa ein Sattel für dich ein Sattel für dich und ein Sattel für dich und ich färb währenddessen mal die Basilisken ein hätte ich gesagt der sieht eigentlich so ganz cool aus blau und schwarz wir hatten ja gedacht vielleicht kann man das ja noch scherzer machen wir haben alle am Rational Feature gezämt mhm aber der weiß dass das nicht stimmt was denn ein Featherlight haben wir nicht und ein was? haben wir denn mal nicht rausgepackt? du hörst dich an wie ein Roboter bei mir irgendwas stimmt grad nicht mit deinem Internet oder so du auch dann stimmt's bei uns beiden nicht aber dann nur bei mir ich bring dir ein Geschenk es ist lebendig keine Ahnung was das ist sehr langsam Leute ich glaub das sieht geil aus ja das sieht recht geil aus und jetzt musste man nur noch ok warte so so sieht der glaub ich ganz nice aus was haben wir schon? das hier ein Stego hm hab ich grad nur gezämt na ich meinte nicht so Aberration-Kreaturen sondern ich meinte halt die die nur von Aberration sind und das wären ja dann Karkinos, Basilis ja ich meine halt nicht die die es schon in anderen Welten gibt egal also Basilis, Karkinos, Rockdrake, Bulbdog, Reaper, Featherlight, Glowtail und Scheinhorn davon haben wir die großen Varianten außer vom Featherlight das ist das einzige was uns noch fehlt glaub ich sonst gibt's hier glaub ich keine Viecher rohred haben wir auch, Ravager haben wir eigentlich alles das wird auf jeden Fall ein Kampf Stego den level ich nur auf äh, deren Angriff so den Basilis hätte ich gesagt machen wir weiß gleich weil der ist auch schon so schön weiß der muss halt noch weißer werden so jetzt soll das ganz cool aussehen jetzt hat er so einen roten Schimmer drüber was denn? noch nichts what? jetzt habe ich Angst solltest du auch wie geil einfach dieser Reaper da hinten aussieht mit diesen roten Augen die leuchten so übel zu rot sieht richtig cool aus ich stelle ihn mal wieder zu den anderen ja ich hätte auch eigentlich gesagt die Folge neigt sich langsam zum Ende aber bevor die sich zum Ende neigt demonstriere ich euch noch kurz was denn die Basilisten können dazu brauche ich aber ein Glowpad oh Gott was hat er so geleckt einer von denen ist gestorben das heißt wir müssen oh Gott Arne was machst du? ich farme Level und zwar wie? Bären oh Gott Arne so ich mache es einfach mal mit dem hier aber mein Hals ist richtig trocken gerade das zeige ich ihm gerade richtig viel Zeug rein ok Leute ich zeige euch jetzt was die können also einmal beißen natürlich das habe ich auch schon im Infovideo gezeigt also falls ihr nochmal mehr über den wissen wollt was ihr jetzt eigentlich auch schon alle hier erfahrt aber egal guckt euch das auch nochmal an dann kann er Gift spucken natürlich das Gift Explosion macht auf C kann er brüllen und auf Leertaste kann man sich mit ihm eingraben what? warum folgt er mir? ihr soll nicht dem Basilisten folgen und dann könnt was leckt denn hier gerade so und ihr könnt euch mit dem jetzt halt unter der Erde fortbewegen ja und wenn ihr dann nochmal Leertaste kommt er wieder raus was leckt denn? ich habe 15 FPS Arne kannst du bitte aufhören ich farm gar nicht mehr ich drück dem nur ein paar hundert Pilze rein ja das ist auch nicht besser doch ok ok gut warum hattet ihr denn so viel Bedorben halt? nimm schnell simulant so ja und unter der Erde ist man glaube ich noch schnell oder insgesamt Basilisten sind ziemlich schnell wie man hier sieht weil ich weine nicht sehe ich ob der unter der Erde auch recht schnell ist also so ist Normalgeschwindigkeit dann so ist mit Sprint ja ist schon ziemlich schnell so ich hätte einfach mal gesagt ich stelle den Basilisten dahin unseren Albino Basilisten der ziemlich cool aussieht kann ich mich mit dem Graben bitte unter denen durchgraben ok der hat einen Fehler weil er im Bein von der Karkinos drin ist den letzten müssten wir noch irgendwie einfärben irgendwie besonders wir können ihn einfach grün machen oder so lassen wie er ist der hat eigentlich eine ganz hübsche Farbe was ist jetzt los Arne? es leckt komplett ich habe einen Baum gehauen null FPS habe ich so jetzt habe ich wieder 25 ich habe ein bisschen mehr als ich wollte aber getroffen hör bitte auf zu farmen so viel brauchen wir nicht sowieso komplett unnötig aber ich will den hart gut machen ich will dass der einfach 10 Milliarden damage macht so wir können den hier auch gleich leveln ich level den einfach mal ah der hat sogar Raw Motten Raw Motar die Basilisten kommen hier einfach hin dann können die eigentlich auch vom Futtertrog essen hat der Futtertrog? nein ah die haben einen Paarungs-Buff glaube ich also halt nicht Paarungs-Buff aber ein Geschlechts-Buff was war das? meine Münzen, hier guck toll so dann level ich die jetzt auch ich level einfach mal erstmal alle auf Leben also Schiel ist ja eigentlich nichts oh Gott jetzt leckt's ich habe einen Busch abgebaut so ich tue denen aber auch nochmal sowas ins Inventar dass die auch sowas zu essen haben aber immerhin Tim der hat 800 Sekunden noch denn die Verteidigung gegen die geilen Pilze nice das ganze Raw Motar ist einfach verwest Arne ja auch ich habe wirklich Angst dass mein Spiel abstürzt 3000 Jahre später ah ja jetzt soll es wieder gehen ja jetzt funktioniert es und jetzt hör bitte auf zu farmen ich töte den Stego gleich ok ok oder dich oder ich delete ihn ich töte ihn noch nicht mal ich lösche ihn einfach so ok gut Leute das war's dann auch mit der Folge aber jetzt haben wir ganz viele Normalo-Pilze wow toll so Leute das war's dann auch mit dieser Folge Ark Aberration Models Survival ich hoffe sie hat euch gefallen wenn ja lasst doch einfach mal ein Like da ähm ansonsten könnt ihr das Video das Video könnt ihr abonnieren nein uns könnt ihr aber natürlich abonnieren wenn ihr es noch nicht getan habt doch abonniert nur das Video nicht uns dann könnt ihr natürlich auch das Video abonnieren damit ihr keine weiteren verpasst wie wir den Bosskampf beschreiten und ihr könnt das Video natürlich auch teilen damit alle eure Freunde sehen wie episch Basilisten sind und wie scheiße ihr seid ich kenne vor allem hier den rot-schwarzen und den Albino ganz gut den anderen den habe ich halt noch nicht gefärbt vielleicht färben wir ihn bis zur nächsten Folge mal gucken und ja dann hätte ich gesagt wir sehen uns in einem anderen Video wieder tschüss Arne deine letzten Worte uoo schön